Herzlich willkommen zu Tontechnik Tipps. Heute wollen wir uns mit dem sogenannten Low-Cut-Filter beschäftigen oder auch zu deutsch Trittschallbegrenzung. Wozu braucht man das und was muss man beachten am Mischpult, wenn man damit hantiert? Bühnen sind oftmals aus Holz nachträglich in Räume eingebaut worden. Wenn man sich auf dieser Bühne bewegt oder beispielsweise Schlagzeug gespielt wird auf dieser Bühne, dann entstehen relativ tiefe Frequenzen. Diese Frequenzen werden von der Bühne auf meinen Mikrofonständer, damit auf mein Mikrofon in meiner Anlage übertragen und klar verstärkt und sie werden hörbar. Das sind natürlich Frequenzen, die ich überhaupt nicht haben will. Sie krummeln da unten irgendwie so rum und machen meinen Sound letztendlich kaputt. In meiner Stimme spielt eine Frequenz, diese tiefe Frequenz, meistens sowas irgendwie 100 Hertz oder noch tiefer, natürlich gar keine Rolle, weil meine Stimme diese Frequenz ja gar nicht bringt. Heißt, man hat sich dann überlegt und hat gesagt, diese tiefen Frequenzen brauchen wir, beispielsweise jetzt in diesem Mikrofon, brauchen wir ja gar nicht. Das heißt, wir cutten sie weg. Wir übertragen sie gar nicht am Mischpult. Und deswegen gibt es am Mischpult einen Schalter, den man halt drückt. Und wenn dieser Schalter gedrückt ist, dann wird diese Frequenz nicht mehr weiter übertragen. Bei analogen Pulten ist das so, die sind meistens so eingestellt auf 100 Hertz, 80 Hertz, irgendwie so in diesem Bereich. Unter diesem Bereich wird wie gesagt dann gecuttet oder weitgehend diese Frequenz nicht mehr übertragen. Bei analogen Pulten ist man natürlich ein bisschen im Vorteil. Da kann man das selbstständig programmieren, einstellen auf 99,354 Periode 3 und die Sache läuft. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, naja, ist ja eine ganz tolle Angelegenheit. Ich drücke diesen Schalter komplett auf meinen Pult und ich bin fein raus und habe keine Probleme mehr mit diesen Frequenzen. Ja, funktioniert beispielsweise bei Mikrofonen für Sprache, Gesang oder auch teilweise für Bläser und so weiter. Wo es nicht funktioniert, ist beispielsweise für einen Bass oder auch für eine Bassdrum oder auch für ein Klavier, für den Tiefenbereich natürlich für ein Klavier. Wenn wir diese Frequenz da cutten würden, also die 80 Hertz oder die 100 Hertz, dann haben wir natürlich diese tiefen Frequenzanteile, die ja gerade einen Bass ausmachen, würden wir dann gecuttet haben. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht haben wollten. Also genau gucken. Schalter, kleiner Schalter, große Wirkung. Ist dieser Schalter gedrückt, wird diese Frequenz nicht übertragen. Ist er nicht gedrückt, wird sie übertragen mit eventuell mit diesem Problem. Ein letzter Tipp noch zu diesem Thema. Oftmals sind an Rednerpulten oder auch an Cancel-Pulten werden oftmals diese Frequenzen auch, wenn man auf dieses Rednerpult beispielsweise Haut oder wie auch immer relativ stark übertragen. Da kann es manchmal eine große Hilfe sein, wenn man dann diesen Low-Cut-Filter auch drückt, weil diese Frequenzen, zumindest diese tiefen Frequenzanteile, nicht übertragen werden. Okay, ich hoffe, jetzt ist klar geworden, was es mit dem Low-Cut-Filter auf sich hat. Tschüss.